Leute, 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 Episode 2 vom Szenetalk, ich grüße euch, ich komme gerade direkt vom Wasser und bin vielleicht etwas müde gerade, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr vom Wasser kommt, ihr wart 300 Stunden draußen an der Luft und habt Kilometer gemacht ohne Ende und dann kommt ihr rein und dann, boah, meine Augen brennen ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Turquette ist auch wieder mit dabei, Szenetalk Episode 2 Turquette, Alter, wie fandst du die Resonanz auf Episode 1? Ja, fantastisch, ich habe sie auch kommentiert, also sie ist einfach komplett vom anderen Stern, also richtig cool, habe mich richtig gefreut. Ich ertappe mich jetzt auch immer wirklich um 12 Uhr, dann das Video zu stalken und zu gucken, was kommentiert wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer ein bisschen Angst, weil ich mir immer denke so... Angst, wovor? Ich habe immer schon so, habe ich da scheiße geredet, alles sollte aufgeregt oder so, weil ich rede halt hier komplett frei, wir haben ja kein Skript und so. Da denkst du ja manchmal so und so, habe ich eigentlich das gerade in der letzten Stunde alles erzählt? Oh oh. Was meinst du das, ey? Ja. Zerfleischen sie dich oder sind sie auf deiner Seite? Und das finde ich immer ganz süß, dass ihr immer alle wirklich viel auf unserer Seite seid und wenn ihr nicht auf unserer Seite seid, einfach konstruktiv auch was sagen. Ja, ich glaube, dann habe ich die Leute hier schon gut hin erzogen, das sage ich denen jedes Mal, weil wir viele, viele Themen haben, wo wir nicht einer Meinung sind. Besonders ich bin ja auch kein einfacher Charakter und die Leute in den Kommentaren sind ja auch nicht immer meiner Meinung, besonders wenn es um Gewalt geht. Und auf jeden Fall, ja, haben wir da schon, denke ich mal, gut gelernt, dass es einfach agree to disagree ist, solange wir uns nicht beleidigen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man kann ja trotzdem auch noch befreundet werden. Wir sind auch nicht immer einer Meinung und trotzdem sind wir ja gut befreundet, Digga. Deswegen, ja. Wir kommen aus einer Generation, wo ein Konsens nicht immer sein musste. Also wir kommen aus, glaube ich, auch noch aus einer Zeit, wo wir geboren sind, wo halt wir keine gleiche Meinung haben mussten. Ja. Erinnere dich an deine Eltern, wenn es politische Diskussionen oder so gäbe, gab es immer zwei Meinungen. Zumindest war es bei mir zu Hause so. Ja, ja. Du wirst es nie, die man oder deine Eltern haben, sondern die haben eigentlich immer die Freiheit gelassen, so Junge, denk, was du willst. Und das ist, glaube ich, einfach auch wichtig und das geht immer mehr verloren, weil man immer eine Meinung haben muss, die alle haben. Und das finde ich halt total blödsinnig, sondern man lebt davon, dass Leute verschiedene Meinungen haben und wenn man die alle in den Kopf werft, hat man meistens immer einen guten Kompromiss. Und ich glaube, das muss man ganz, 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 ganz viel lernen wieder und auch in den YouTube-Kommentaren. Und das macht die fantastisch, Leute. Also da sind wir, glaube ich, beide wirklich stolz, wie gut das läuft. Da sehe ich aber auch ein großes Problem. Zum Beispiel haben wir einen heutigen Aktivismus, weil es nur noch ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und die Leute werden nicht mehr da abgeholt, wo sie eigentlich abgeholt werden können. Zum Beispiel wirst du dann, sagen wir einfach mal, irgendeinen Grünaktivismus jetzt, wo... Auch Berlin gescheitert ist. Berlin wird ja abgestampft und so. Und wir... Die ganze Friday-for-Future-Debatte etc. holt halt auch nicht immer alle Leute ab und so. Das ist nicht der einzige Grund, warum das so gekommen ist. Es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum das so gekommen ist. Ich will jetzt auch gar keine politische Diskussion erstarten. Aber ich denke zum Beispiel auch so Kleberaktivisten etc. Das ist so ein Aktivismus. Alter, das ist... Ich weiß nicht, das ist einfach... Das führt bei dem anderen, eher zu Blockaden. So nach dem Motto, boah, ihr macht so eine Scheiße. Jetzt bin ich extra nicht für euch. So weißt du? Ich glaube, ein gutes Beispiel ist die militante Veganerin. Die halt einfach extrem ist. Und das bringt nichts. Sondern wenn du jemanden von deinem Mann überzeugen willst, musst du es mit Fakten, Argumenten machen. Und mit einer Distanz, die er wahren kann. Also du kannst dich auf jemanden losgehen und sagen, Catch and Release ist das Beste, was du machen kannst. Nein, Koch-Topf-Angeln. Du wirst die beiden nie auf allen Ländern kriegen. Dafür sind sie zu weit weg. Die sind aus zwei verschiedenen Welten von ihrem Mindset her. Aber man kann Konsens finden. Und das ist, glaube ich, das, was man lernen muss. Und das funktioniert fantastisch in den Kommentaren. Und dafür einfach ein Riesenlob. Das ist mega. Und es freut mich richtig. Übrigens ein Thema, woran ich mich nie richtig herangetraut habe, ein Catch and Release, ein Video dazu zu machen. Lass uns. Vielleicht war es auch mal Glück, dass dann das Video von, wie ist das, SDGF, dass das blockiert worden ist von mir. Weil da bin ich ja reingegangen. Das wäre das allererste Mal, dass ich tatsächlich dann Catch and Release als Thematik gehabt hätte. Wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Interessant gewesen. Da bräuchst du ja so eine XXL-Folge-Podcast machen, so mit vier, fünf Leuten. Dass man halt wirklich ein breites Meinungsbild hat. Dann würde ich mir sowas trauen, wenn auch in die Sendung kommen, aber wir zwei über Catch and Release angeln, das wäre sehr einsag. Ja, du ja sowieso nicht, Alter. Du bist ja Bayer. Du bist ja Catch and Knüppel, Alter. Ich bin Mr. Kochtopf, ja. Ich gehe eigentlich schon mit Kochtopf an den See und Bunsenbrenner, ja. Aber heute habe ich mir auch eine Forelle mitgenommen, Alter. Ist ja klar. Alter, heute übrigens, ne. Ich komme aus dem warmen Bielefeld und dachte mir, geil, Forellensaison gestartet. Übrigens, Videos im Kasten. Ich probiere es mal auf Mittwoch zu schneiden. Kaum aus dem warmen Bielefeld. Warte, ich kann mal kurz, sag mal was, Törkelton. Test. Ja, okay. Ich wollte nur gucken, ob das Audio aussteht. Habe ich nämlich nicht getestet. Gut, funktioniert alles. Und, ähm, fahre in Sauerland rein und da liegt Schnee, Bruder. Digga, 0 Grad und Schnee. Digga, und ich dachte mir so, oh, das wird kalt. Zum Glück hatte ich meinen Schneeanzug dabei im Auto, so, den ich immer dabei habe, so, und, aber eigentlich dachte ich nur so für, wenn es, wenn, wenn, wenn es uns später wird, dass ich den jetzt den ganzen Tag tragen musste. Wüsste nicht. Und ein Hochwasser, Bruder. Reißende Wellen, ne. Das war, keine, eine der schwersten Forellenangeltage jemals. Aber natürlich war ich erfolgreich. War ja klar. War ja klar. Man kennt es nicht anders von mir. Du schneidest nie, nein. Nie. Nie. Nein. Das war sehr gut. Ja, ich habe deine Audionachricht gesehen, wo du, wo du dann, die erste Forelle so am Haargras, die noch ausgeschlitzt ist. Ja. Aber du hast, du warst on, du warst on point heute. Du warst auch on fire, glaube ich. Du warst richtig on fire. Du hast Bock. Aber ich hatte, ich hatte richtig Bock, auf jeden Fall. Ich hatte richtig Bock. Na, dass sie ausgeschlitzt ist, wenn ich jetzt zu viel verrate. Ich kann euch sagen, die größte Forelle ist nicht auf Video. Die kommt auf Instagram. Da habe ich noch ein Foto von der gemacht. Und die habe ich mir auch weggeknüppelt, Leute. Eiskalt. Die gibt es im Laufe der Woche als Essen. Schön auf meinen Teller. Ne. Schön. Damit ihr Bescheid wisst. Kochtopfangler. Das ist sowas wie Catch and Release, wo ich dann, wenn man eine Sonderfolge macht, wo ich mit ein paar Leuten, dass auch mal unterschiedliche Meinungen da sind. Das wäre, glaube ich, spannend. Ist halt immer so. Und das ist halt einfach so ein superpolitisches Thema in Deutschland. Ja. Wer die Angelnews ja gesehen hat, auch in Österreich fangen sie ja an, jetzt dagegen zu gehen. Deswegen Leute, Angelnews angucken. Ganz wichtig. Könnte man so machen. Turnierangler mit reinnehmen. Kochdorfangler. Hobbyangler. Niederlandeangler. Also, müsste man ein paar Facetten mit reinnehmen. Auf jeden Fall. Müsste man ein paar Facetten mit reinnehmen. Aber das ist nicht Thema für heute. Heute haben wir als Thema, habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben. Warte, ich habe mich hier schon aufgemacht. Einmal, wir müssen über die letzte Folge River Fighters sprechen. Über die vorletzte. Über die Folge River Fighters, wo wir letztes Mal veröffentlicht haben eigentlich. Da haben wir ja davor gesprochen. Dann, der gute Tackle-Nerd hat sich bei mir gemeldet. Wollte ich euch kurz noch erzählen. Und da wollte ich gleich nochmal darauf eingehen, auch auf die Kritik zum Unboxing, die er gebracht hat. Wollte ich auch nochmal kurz eingehen. Dann können wir noch kurz über Fischereichs in Potsdam. Da würde ich gerne nochmal deine Meinung zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr das Video dir angeguckt hast. Doch. Und Turketen hatte noch das YPC-Tippspiel auf dem Herzen. Weil Turketen ist ein Astrid der Glücksspiel-Fanatiker. Und Leute, eins muss ich euch noch verraten. Eins muss ich euch noch verraten. Dieser Frechtag-Star will euch keinen Podcast anbieten. Hat er gesagt, ist nicht. Macht er nicht. Ihr habt es mehrfach gefragt. Ich will mir nicht noch eine Baustelle aufmachen. Ich habe gesagt, Turketen, du kannst es gerne machen. Turketen hat gesagt, nee, ich golfe lieber. So sieht es aus. Aber wir können ja vielleicht mich in den Kommentaren überzeugen. Ich weiß halt nicht, ob da Leute wirklich da sind, die das sehen wollen. Das heißt, alle, die uns Podcast haben wollen, posten mal da runter. Und wenn es wirklich eine beachtliche Menge ist, und ihm ihr Zeit gibt, dass ich auch mal einen Tag später relise, ohne mich hier Brandschatzen aus München abzuholen, überlege ich mir das vielleicht? Ich habe gerade so ein bisschen, der Herr Gemeinecke ist gerade hier im Podcast. Ich fühle mich wie bei Seven vs. Wild, wo die Leute auch einfach so, übrigens, ich habe dich live nominiert, Tim. Unglaublich. Aber wie gesagt, Leute, ich denke, es wird irgendwie fünf Leute geben, die so einen Podcast haben wollen. Wenn da mehr Leute, als ich sage mal, zehn unten drunter posten, dann mache ich, dann mache ich ein Feed über, über Podigy. Dann könnt ihr das über die Podcatcher auch, auch hören. Ich gucke mal gerade, wie viele Klicks hat eigentlich unser, unser letzter Talk bekommen, oder? 1,000, oder? 1,4000, 1,4000, dumm. 1,4400? 1,4400. Ja. 1,426. 2,4000, Da haben, sechs haben einen Daumen runter gemacht, Leute. Sechs haben einen Daumen runter gemacht. Das sind die, die den Podcast-Feed. Das sind die, die, die den Podcast-Feed haben wollen. Traurig, 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 traurig. Ah. Nein, da geben wir uns mal wirklich Feedback, ob ihr das haben wollt. Weil, wie gesagt, für zwei, drei Leute brauchen wir es nicht anbieten, damit es dann wirklich eine beachtliche Menge sagt, nee, kommen wir scheiße auf YouTube, wenn ihr euch hört, ich höre euch im Auto oder so, ich will euch im Podcatcher haben, ist das technisch kein Aufwand. Ne. Genau. Ist einiges passiert denn das hier in der letzten Woche? Ne? Jetzt keine Skandale, aber wenn wir nochmal kurz, kurz mal weggehen von den Themen, was hältst du von den Neuzugängen von, 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 von ZEK? Die haben ja wieder mächtig eingekauft, ey. Ne? FC Bayern der Angel Szene. Die richtige Turniermannschaft jetzt, ey. Richtige Turniermannschaft. Doppelt bei Zanderkant, äh, weil nicht bei Zanderkant, sondern bei Zanderpro, doppelt am Start bei Zanderpro, Alter. Aber hier bei, bei YPC Boat auf der LMAB-Seite sind sie noch nicht gelistet. Ne, also, aber da sind ja, da, da, da sind ja viele Sachen. Ich glaube, da ist die Seite einfach nicht aktuell. Meinst du? Oder die haben die einfach vergessen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, auf jeden Fall, ich habe mir die Auslösung angeguckt für Boat damals, da war sie dabei. Ja, denkst, denk ich auch, das wird ja, ähm, Eule und Enders sein, oder? Außer Eule hat doch, doch ein bisschen, bisschen, ähm, ja, Tabak mit aufs Boot genommen. Oder so. Ich weiß nicht, wie die Policy da bei LMAB ist. Vielleicht ist auch, du hast einfach Skandal-Video. ZEK wurde aus diesem Turnier ausgeschlossen. Wenn wir da jetzt morgen ein Video kriegen, warum ZEK nicht beim YPC Board dabei ist, Junge, das wäre wild. Das wäre richtig wild, Alter. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Investigativ-Journalismus hier, bei IT in deinem Kanal. Weswegen haben wir das gerade nochmal gesehen? Wir wollten gucken, wen wir beim Tippspiel wählen, wer dabei ist. Genau. Und ZEK war nicht dabei. Krass, äh. Ja, krass. Weil, wie ich sag, am Shop kannst du nicht gehen, weil dahinter natürlich ist der Shop, dass wenn ihr auf, auf Abogacir klickt, sind alle Köder, die sie im, 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 im Boot geangelt haben, halt kaufbar. Das ist ja sozusagen, ein bisschen das Skimmy auf der Website von Hecht und Barsch und ZEK war nichts drauf. Kann aber sein, ich bin mir gerade nicht sicher, ob die ZEK-Köder haben. Ich weiß, dass sie ZEK-Teckel haben, also auch Bellyboot hatten sie ja schon. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Gummifische haben. Hä? oder sowas. Müssen sie haben. Doch, haben sie, doch, haben sie, haben sie Hitsch, Hitsch tut es alles. Also, Tio, also es gibt keinen Grund, warum sie da nicht drin sein sollten, weil es gibt ZEK-Artikel im, im Online-Shop. Also von dem her. Ja. Ja. Deswegen. Warten wir einfach ab. Vielleicht wird es noch abgedatet. Erinnert mich in den Kommentaren nochmal daran, ich muss Toni auch noch schreiben, okay? Schreibt mal unten in die Kommentare. Stand. Schreibt Toni. Na, schreibt Toni. Erstes richtiges Thema. Bei River Fighters, letzte Folge, gab es einen Aufschrei in den Kommentaren, und zwar. Das kommt ja nie bei River Fighters Videos vor. Du Gehessische. Hey, wir werden Leute, wir werden Leute mal Episoden gucken und sagen, das war letzte Woche schon die gleiche Folge, oder? Übrigens, es gab auch ein Statement zu BFE von River Fighters. Es gab diesmal ein Statement. Okay. Wo sie sich von dem Inhalt distanziert haben. Ich kann das nochmal gerade vorlesen. In the B-River Fighters, River Fighters. Ich habe nur in den Kommentaren bei uns gesagt, schau mal, die Community unter dem River Fighters Video anders ist als unsere Community hier unter deinem Kanal. Also, da haben sich sehr viele gefeiert, dass sie sich halt wirklich überhaupt nicht am Riemen gerissen haben in den Kommentaren. Da muss richtig abgegangen sein. So, hier mal gucken. Oh ja, oh, da ist viel los. Da brennt der Baum. Das letzte Mal sich reingucken. Oh, hier gibt es keine Antwort. Warte mal. Der Fischer hat da, wo der eine Teile. Ja, genau, das kommen wir gleich mal rein. Passt halt. Genau. Also, wir hatten ein Hecht von einem Meter und eins im River Fighters Turnier und cool, dass sich River Fighters dazu gemeldet hat, auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr gut. Und den hat man auf der Scale nicht gesehen. Man hat nur den Fisch beim Posen gesehen und hat den auf der Scale nicht gesehen. Natürlich ist dann der Ausschrei groß bei den Zuschauern, weil die wollen natürlich die Beweise sehen und wollen die Standings mitverfolgen und fühlen sich dann natürlich betrogen, wenn sie da kein Videomaterial sehen oder kein kein Medienmaterial sehen. Wie hätte man in der Stell vor, es geht einfach die SD-Karte verloren, per WhatsApp wurde es ja eingereicht. Wie hätte man handeln können? Man hätte ja auch einfach kurz das Bild irgendwo einblenden können oder so, oder? Ich hätte einfach das WhatsApp-Bild eingeblendet. Genau, hätte man ja machen können, ne? Hätte man ja machen können. River Fighters hat es auf jeden Fall bestätigt. Aber es hat es auf jeden Fall bestätigt. Hat nochmal gesagt, ähm, hier, warte, warte, hier habe ich es auf. Der Fisch hatte ein Meter und eins und wurde in der Teilnehmergruppe eingereicht, passt alles. Genau, das haben die nochmal gesagt. Ja, es ist halt wieder, du kennst die Kritik beim YPC, das ist hier die gleiche. Ich frage mich immer, ob die ihre eigenen Videos gucken. Also, dass da niemand auffällt, dass das komisch wirkt. Und man weiß, dass die Fischer-Community sehr pingelig ist, wenn es um sowas geht. Also, das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert, sondern es passiert ja häufiger. Und ich würde einfach sagen, wenn es nicht auf dem Video ist und die Frage ist, und das muss man klären, das kann ich nicht klären, das kann ich jetzt nur wieder stümperhaft sagen, ist halt, wer ist verantwortlich für die SD-Karte? Sind die Angler für ihre SD-Karte verantwortlich? Dann würde ich sagen, sorry, folks, hier ist die Regel, ihr müsst das Material einrichten und nur das Material, was wir hier haben, glauben wir. Oder, River Fighters ist für die SD-Karte verantwortlich, dann müssen sie sich gucken, wie sie es regeln und dann finde ich das WhatsApp-Bild gut. Aber eins von den beiden Sachen muss drin sein. Also bei River Fighters ist das Team jeweils für den Kameramann zuständig. Okay, dann würde ich den Fisch nicht zählen lassen. Aber der wurde ja eingereicht. Stell dir vor, es wurde einfach nicht, es ist ein Fehler vom Kameramann. Ja, aber wie wird er eingereicht? Ja, per WhatsApp. Per WhatsApp und Foto. Ja, genau. Foto, bist du sicher, dass ein Foto dabei ist? Was? Bist du sicher, dass ein Foto dabei ist? Muss ich mich jetzt auf River Fighters verlassen, natürlich? Mach ich auch. Könnte ja auch sein, dass da einfach nur steht die Länge und das Video ist dann der Beweis dafür. Ich weiß nicht, ob sie noch mal ein Bild senden. Nein, sie senden das nicht. Sie haben nur gesagt, dass es da ist. Ja, aber dann hätten sie veröffentlichen können. Ja, vielleicht. Hätten sie machen können. Ja, das war jetzt meine Idee gewesen. Hätte man zeigen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie keine Bilder in der WhatsApp-Gruppe sehen, sondern, was weiß ich, Barsch, 50 Zentimeter, gefangen durch X. Junge, wenn das das wäre. Digga, stimmt. Das wäre natürlich mies. Das würde nicht gehen, ey. Da müsste natürlich ein Beweisfoto da sein. Also irgendwo muss ja der Beweis sein. Das kann ich mir halt vorstellen. Warum sollen die denn so doof sein und das Bild dann nicht veröffentlichen? Das ist ja nicht irgendwie, dass sie den Mike und Nelly machen und ihn über den Kopf schleudern, sondern das wäre ein ganz normales Haltebild da, wenn dann sein. Oder ein ganz normales Gelbbild. Und ich glaube fast, dass der Beweis im Video ist. Jetzt weiß ich, was du meinst, ey. Das wäre natürlich wild. Aber wie gesagt, Spekulation. Wäre halt spannend von River Fighters mal zu wissen, wie sieht denn das in WhatsApp aus. Das ist übrigens auch eine Frage, die ich Toni stellen würde. Wie sehen denn eigentlich diese WhatsApp-Gruppen aus? Was wird da gepostet? Wie wird das gepostet? Weil vielleicht steht auch einfach nur die Uhrzeit da und anhand der Uhrzeit hast du den Timestamp im Video und dann werden die zugeordnet. Auch sowas wäre theoretisch möglich. Wäre natürlich sehr doof, aber I don't know, vielleicht haben die kein Handynetz auf dem See oder so, wo sie sind. Das ist ja auch immer so eine Sache. Handynetz und Anger ist ja auch... Dann kommt das später erst rein. Das kann auch sein. Ja, ja. Das kann ja auch passieren. Dann weiß ich es nicht. Aber deswegen, also es muss irgendwas sein, was sonst wäre River Fighters halt wirklich. Da muss man River Fighters einfach kritisieren und sagen, Leute, dann tu doch das WhatsApp-Bild da rein. Das könnt ihr von mir aus auch zuschneiden, wenn da irgendwie keine Ahnung, lustige Leute drumherum stehen oder so. Aber der Fischerei-Community etwas zu zeigen, was man nicht beweisen kann, ist immer eine sehr dumme Idee. Den wir in den letzten Jahren. Das gibt halt immer wieder Ärger. Hier gibt es noch einen Kommentar von River Fighters. Ich lese den gerade mal vor. Wie bereits in einem anderen Kommentar erwähnt, war der Fisch regulär gefangen und in die Gruppe eingereicht worden. Wie steht er jetzt nicht? Zum Thema Teamanglern und Kameramann war es eine Notlösung und alle Teams waren damit einverstanden und wussten Bescheid. Der Fisch wurde vermessen. Dennoch ist dort leider nicht auf Aufnahme gedrückt worden. Fangfotos gibt es. Ah, gibt es. Fangfotos gibt es. Okay. Also passt das soweit. Es sind nicht immer professionelle Kameramänner dabei gewesen und deshalb gibt es nicht immer die perfekten Aufnahmen. Wir entschuldigen uns. Wir entschuldigen dies und danken euch trotzdem fürs Zuschauen. Aber dann ist es einfach komisch, dass sie sich einfach reinkacken. Dann ist es ganz komisch. Vielleicht. Oder sie fanden es einfach nicht schön. Infoboxen wäre bei sowas wieder gut. Infoboxen. An alle Turniere da draußen. Infoboxen. Ja, Rearfire muss ich einfach wirklich überlegen, weil das ist jetzt keine, wie viel haben die, wie viel haben die an Aufrufzahlen? Die hat jetzt 10.000 Sachen nach einer Woche. Und die aktuelle mit dem Gewinner, will ich euch jetzt nicht spoilern, weil der ist ein Tag draußen, es hat fast 5.000. Okay. Ja, dann haben die halt einfach ein Problem, dass sie noch nicht groß genug sind, dass sie da halt, glaube ich, einfach Kameramänner stellen können. Dafür wird wahrscheinlich einfach nicht zu viel kommen bei den Klickzahlen, glaube ich. Auch wenn es natürlich viel sind, soll ich es überhaupt nicht respektierlich klingen, aber ich muss hier ein bisschen dahinter überlegen, welche Sponsoren kannst du mit 10.000K-Views abgreifen und welche kannst du beim YPC mit 100K abgreifen. Das ist halt einfach ein Unterschied, muss man sagen. Genau. Aber ich glaube, Rearfire, das muss da auch härter werden. Die sind für mich immer vom Regelwerk sehr weich. Also, ja, da hat das nicht geklappt, da hat das nicht geklappt, die Topfung muss auch härter sein. Wenn jemand zu doof ist, Aufnahme zu klicken, sorry for that. Da war, genau, da war zum Beispiel der Kommentar dabei, ähm, den, den ich nochmal hier, den ich nochmal dir vorlesen wollte, vom letzten Mal, wo wir auch drüber gesprochen haben, über die Buhne. Da müsste auch mein Kommentar dabei sein. Ja, genau. Hier steht, es ist kein Verbot, man muss sich eine zusätzliche Sins kaufen, dann darf man die jetzt befinden. Ja, okay, jetzt kommt das Wichtige. Jedes Team ist selbstverantwortlich, sich Genehmigungen oder, äh, 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 das Scheine zu besorgen, um Bereiche aus den, äh, äh, Vorgaben im Regelwerk zu befischen. Okay, also, passt das ja mit dem Regelwerk. Aber dann kommt jetzt hier das Wichtige, wir distanzieren uns grundsätzlich von Missachtung der Regeln vor Ort. Und dem Team ist es ja bewusst, dass alles gezeigt wird, was auch gefilmt wird. Von daher wäre, äh, man ja nicht ganz auf der Höhe, dass, äh, man es noch zeigt und dass es jedem klar wäre, da darf man, Norm, darf man nicht angeln. Liebe Grüße. Würde heißen, egal was die machen, wir bringen es trotzdem rein, aber wir distanzieren uns davon. Ich finde, das ist eine relativ zu einfach ausgedrückte Sache. Was heißt, habe ich hier zu einfach ausgedrückt? Aber du kannst dich, weil es ja auf deinem Kanal ausgespielt wird, weißt du? Und du schneidest es ja zusammen. Du bist ja eigentlich verantwortlich für das Endprodukt. Und, ähm, ich weiß nicht, wenn ich dann irgendwie schon sehe, dass da irgendeine Scheiße passieren würde, ist jetzt irgendwann nichts passiert, aber nur allgemein. Dann würde ich das ansprechen und sagen, ey, das geht halt nicht. Dann ist halt wieder die Ärger, die Ärgerlichkeit, ähm, wie sieht das aus mit den Startgeldern, Startgebühren, etc. Die haben dann gegen die Regeln verstoßen, das ist dann weg und so. Das muss dann der andere, anders klären. Ähm, aber da ist das, kommt wieder das, was Turketon sagt, da muss wahrscheinlich River Fighters härter werden und da mehr so ein Regelwerk reinmachen. Weil du kannst dich zwar von Inhalten distanzieren, wenn sie zum Beispiel nicht auf deinem Kanal sind, wie auf Links oder sonst irgendwas. Aber, ich sag mal, ich, 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 weiß nicht, Jörg Nelly sich da einen Karpfen reißt und den aus Spaß hochhält und den wieder ins Wasser wirft, schneidest du den ja auch nicht rein. Ja, River Fighters vielleicht schon. Oder schneidest du ihn rein und sagst, ey, wir haben damit nichts zu tun. Ja, aber nicht als Infobox, sondern in den Kommentaren, wenn, 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 wenn der Shitstorm schon brennt und, und die Facken und Missgaben schon halb im Hintern stecken. Das ist halt auch einfach falsch. Das Problem ist dabei. Die Regel ist mega geil. Wir gehen nächstes Jahr da angeln. Also wir machen Team bei River Fighters und ich lass meine Connection ein bisschen in den Niederlanden spielen. Gibt's bestimmt Privatseben, wo wir dann angeln können, wo einfach niemand angelt außer zwei alten Niederländern. Und dann holen wir uns da die, die Meterzwanziger Hechte raus. Das ist eine total dumme Regel. Ich kenn da guten, Gewässerwart. Ja, es ist, es ist eine komplett dumme Regel. Muss ich, muss ich so klar sagen. Auch wenn es River Fighters vielleicht gerne hört, aber die ist dumm. Das macht Tür und Tor auf für genau sowas, was wir gesehen haben. Was, jetzt möchte ich nicht wieder kritisieren, ohne, ohne einen guten Vorschlag zu bringen. Aber das war ja nur beim, das war ja nur beim Pai Cup, ne? Ja, ist egal. Okay. Aber wie kann man es besser machen? Ich finde, die Teilnehmer müssen ihre Gewässer melden. Und zwar nicht in eine Gruppe, sondern den Veranstalter. Und dem muss man so weit trauen, dass sie halt nicht irgendjemandem was zuspielen. Natürlich, das ist die Gefahr da. Da muss man jetzt nur in die Leitung vertrauen. Und man will ja bei Rios weiter mitarbeiten. Also, finde ich, muss man den Vorschuss geben. Und dann werden die Dinger vorher benannt. Dass du deine Spots, und zwar nicht nachheran, ich fahre jetzt da hin, sondern du wirst ja deine 10, 20 Spots haben, gehe ich mal davon aus, als Angelteam. Und die musst du vorher hingeben. Und die prüfen die halt. Und wenn es solche Zusatzkarten in Holland sind, okay. Wenn es aber irgendwie ist, ja, das kriegst du nur über den Angelvorstand oder bla. Da, zum Beispiel mein Heimatgewässer, wo ich angel, da könntest du nur eine Karte über mich kriegen. Okay. Und das wäre dann unfair. Weißt du, wie ich meine? Das wäre dann blöd. Und in Niederlanden, weiß ich, ob es Privatgewässer gibt. Dabei gibt es ja nur Privatgewässer. Ich weiß nicht, auch da gerne in die Kommentare, gibt es Privatgewässer in Niederlande? Oder müssen die für den FIS-Pass öffentlich sein? Ich glaube nämlich nicht, weil, wenn ich mich erinnere, bei uns in dem neuen Standort, den wir haben, da sind auch zwei Gewässer nicht im FIS-Pass drin, auch nicht buchbar. Ich glaube, es gibt das. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Doch, du kannst ja auch zum Beispiel je nach Verein, du kannst ja deinen FIS-Pass ergänzend erweitern, indem du in andere Vereine gehst, weil spezielle Vereine haben Privatgewässer sozusagen für die einzelnen Vereine. Und dann kannst du dann, okay, ich brauche den FIS-Pass noch oder ich muss in den Verein eintreten, in den Verein, dann kannst du deinen FIS-Pass sozusagen erweitern mit Genehmigungen. Auch da, ich schreibe es mal auf, möchte ich ja mal Toni fragen, wie die das bei Hecht und Barsch machen. Also können die zu Spots fahren, die sie wollen, in den Bereichen oder wie machen die das, dass jetzt da nicht irgendwie, keine Ahnung, Enrico oder irgendein Privatbereich... Dinger, schreib dir am besten mal deine Fragen auf. Du vergisst sie doch eh wieder alle. Da bist du wieder auf dem Golf-Ding, kriegst du wieder einen Ball an den Kopf und dann kannst du dann deine Dinger auch sagen... Hast du das in einem Video gesehen, wo einer in den Golfsee getaucht ist und die Bälle rausgeholt hat, die alle verkaufen wollte und damit Millionär werden wollte oder so, keine Ahnung? Ja, damit verdienst du auch Millionen. Also es gibt wirkliche Firmen, die gehen mit ihren Tauchzubehörern. In Deutschland ist das sehr einfach. In Amerika nicht. In Amerika stemmen viele dieser Golf-Angler wegen Alligatoren. Das gibt ja in vielen Golf-Plätzen in der USA die Alligatoren. Nein, das gibt es. Du verarschst mich. Ja. Digga, da sind... In diesen Seen sind Alligatoren drin, wo die Golf spielen, oder? Ja. Ja. Ja, es gibt sogar ein Video, da hat ein Golfer denen einfach einen Stoß gegeben, dass er wieder zurück ins Wasser geht. Das ist Amerika, was erwartest du denn? Habe ich dir die Geschichte erzählt, wo ich mich fast mal eingeschissen hätte, weil ich mit einem Kajak über einen Alligator gefahren bin? Was? Ja, man ernsthaft, pass auf. Wir waren Florida-Rundreise und wir waren in den Florida Keys unterwegs und wir haben einen deutschen Guide gefunden, der uns ein bisschen so durch die Mangroven Floridas da geguitet hat. Und wir hatten jeder so einen Kajak und wir paddeln so ein bisschen das, 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 das. Wir konnten Krokodile sehen überall und sie hat uns erzählt, dass die bis zu zwei Meter noch was werden können, wenn die sich aufstellen und richtig aggressiv und sowas alles. Und wir paddeln so und auf einmal höre ich unter meinem Boot und ich so, oh krass, ey, ich bin hier auf Grund, glaube ich, gucke nach unten und sehe durch dieses klare Wasser unter mir einen riesen Alligator schwimmen und mein Kajak, weißt du, ich bin über diesen Alligator gefahren mit meinem Kajak, und der ist einfach weiter geschwommen und sie einfach nur so einfach ruhig weiter paddeln, mach nichts, ey, ich hatte noch nie so viel Respekt, weil ich es nicht einschätzen konnte. Ich hatte mich richtig eingekackt in den Gefühlt. Hier, so, so war mein Arschloch in der Zeit, so, ne, so. Hier, das ist die Kacke. Der hat mal fünfte Sekunde geschickt. Oh, Mann, das ist echt, oh, hier, Alligator, ja. Ich gucke es mal gerade. What? Ja, okay, ey, wenn solche Tiger in deinem Leben schon zur Normalität gehören, ne, ich denke mir jetzt einfach krass, Alter, aber ich habe auch großen, großen Respekt vor solchen Tieren. Heftig, Alter. Ich denke, ich würde nicht mit dem Golfball abschießen und hoffen, dass es ins Wasser geht. Ey, aber nochmal kurz zurück zum Thema. Ne, also erste Hilfe, ist ja, wir machen ja nicht nur, wir kritisieren ja nicht nur, wir geben ja auch Verbesserungsvorschläge. Nummer eins, nehmt euch einfach mal diese Infoboxen zu Herzen. Und Nummer zwei, damit sowas jetzt gar nicht in die Kommentare kommt, nehmt die nächstbeste Methode einfach, um die Größe zu zeigen. In dem Fall Bild oder Video, egal was da ist. Wenn Bild in der WhatsApp-Gruppe da ist, postet doch einfach nur die Sachen. Wenn da irgendwas vom Datenschutz ist, dann schneidet das, die Scale mit dem Fisch einfach raus oder so. Aber zeigt es doch einfach. Oder selbst ein Cut hätte geholfen, so, hi, wir sind gerade im Schnitt. Leider hatte ich das Video gesponnen, wir haben alle ordentlichen Fallergebnisse bekommen. Ja. Den Grund können wir die euch nicht zeigen, aber wir garantieren euch ein Meter eins, viel Spaß noch weiter bei dem Video. Kann man doch einfach machen. Das ist doch kein Aufwand für solche Leute, die so gute Videos schneiden. Oder als Nachtrag zum Ende des Videos, einfach so, weißt du? Geht auch. Ja, aber da haben sie schon in den Kommentaren vielleicht geschrieben. Ja, aber ich würde immer noch das Unterbrechen einfach gucken, weil du hast immer diesen What the Fuck Blick, was ist gerade los? Ja, ich verstehe. Und das ist ja nicht das Positiv, dass du da Spannung erzeugst oder sowas, sondern erzeugst du Wut und das ist nicht gut. Das stimmt, du hast recht, du hast recht, ja, in dem Moment dann, ja. Also geht's wieder, ich weiß noch, Siegerehrung, du weißt noch genau, Siegerehrung bei PC Bank, wie angepisst ich war, weil sie erst alles sagen, so, guck mal, er hat den Pokal, hallo, hier ist Toni aus dem Schnitt, naja, wir haben festgestellt, da war was, hier ist nochmal die richtige Siegerehrung. und ich komplett emotionless in diesem Stream saß und mir gedacht, können wir ja nochmal, keinen Bock mehr. Ah, schön, Alter. Und deswegen, glaube ich, ist es immer ganz gut, das dann gleich zu machen, ohne sozusagen diesen Höhepunkt mitzunehmen, sondern einfach zu sagen, hier, pass auf, ist was passiert, ja. Ja, ja, okay, 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 apropos konstruktive Kritik, nochmal kurz die, die Überleitung zum Tackle-Nerd nochmal zu finden, denn der hat sich bei mir gemeldet und ich bin mit ihm im Austausch und wir sind nochmal darauf eingegangen, dass man, dass es ja nicht nur ein Fertigmachen war, sondern auch konstruktive Kritik von uns und ich werde jetzt die nächsten Tage mit ihm telefonieren und werde ihm da auch mal ein bisschen helfen, an den Arm nehmen, anleiten, an die Hand nehmen, wie man dann dann auch an Partnerschaften kommt, etc., wollte ich nur mal sagen. Und genau gleichzeitig wollte ich auch nochmal sagen, die Kritik zum Unboxing wurde komplett wahrgenommen. Ihr habt sehr viel Kritik, also konstruktive Kritik zu Nomis geschrieben und ich habe eine Nachricht vom Hersteller bekommen und die haben sich das zu Herzen genommen und werden daran arbeiten und werden Sachen verändern. Cool. Also super, super geil von euch, eure Kritik und sowas alles. haben sich sehr, sehr bedankt dafür und das ist wichtig, wenn andere Leute da mal drauf gucken und sowas alles. Junge, hier, ICs Qualitätsmanagement. Junge. Junge. Community, Alter. Das ist gut. Du musst es auch immer so sehen, wenn du was kritisierst, ist das natürlich wichtig. Wenn ich einfach sage, soll ich doch 7000 Euro für sein Equipment holen und wir wissen beide, er kriegt das so nicht. Das ist ja auch so, er hat ja keinen Erfolg damit. Es ist ja nicht so, dass wir haten und sagen, guck mal, es gab so viele dumme Leute, die da 7000 Euro jetzt gespendet haben. Jetzt kann er sich sein Equipment kaufen. Sondern wir sagen, warum wird es wahrscheinlich nicht funktionieren und was wären Wege, mehr Leute hinzukriegen, dass er was spendet. Wie du es jetzt machst, zu gucken, kriegt er Sponsoren oder einfach, er hat uns ja nochmal gezeigt, 50 Minuten Video hat er gemacht. Es gab ein richtiges Video, wo er mehr dazu erzählt hat. Das hilft nicht in dem 50 Minuten Video, sondern das muss als Text in diesen Spendenaufruf rein, weil es wird sich niemand ein 50 Minuten Video angucken. Du kennst die Aufmerksamkeitsspanne von durchschnittlichen YouTube Videos. Ja. Du kannst auch nicht verlangen, dass jemand ein 5-Minuten-Video anguckt. Also wenn du das Geld von ihm willst, möglichst schnell in drei Sätzen zu checken, warum soll ich dir jetzt Geld geben und dann ist es recht wahrscheinlich, dass du noch was kriegst. Aber wenn du da irgendwie 20 Minuten redest, geht es halt nicht. Aber deswegen cool, dass du ihm da hilfst. Finde ich cool. Ich finde, dass er auch reagiert hat. Ich kann ihn nur in die Hand nehmen. Sachen muss er selber machen auf jeden Fall. Ich kann dir nur sagen, wie er es macht. Fische reißen in Potsdam hatten wir dir gerade. Großes, großes Thema. Wieder so ein Video, wo du mir echt die Laune versorben hast. Sorry. Das ist wieder... Ey, das ist... Aber weißt du, ich bin immer froh, dass ich nicht real sowas sehe. Wie würden hier Landesverband Bayern reagieren, wenn sie da sowas sieht? Weil das Thema ist jetzt schon... Du wirst lachen. Also bei uns wird schwarz angelt. Das haben wir so. Werden abgeführt. Wir rufen die Polizei und die werden mit auf die Wache genommen. Also, so kennt man. Guck mal, Landesverband Brandenburg hat sich übrigens gemeldet bei mir. Mit hat sich bedankt. Haben das Video gesehen. Patrick hat auch schon länger Kontakt mit dem Landesverband Brandenburg. Ich hoffe einfach, dass da was passiert. Dass da irgendwas gemacht wird. Weil das Problem gibt es ja schon länger. Auch der Angel angebissen Podcast hat ja schon öfter darüber berichtet. Sogar schon letztes Jahr. Und seitdem hat sich ja noch nichts getan. Aber wie würden jetzt Bayern da reagieren? Also, ich kann es jetzt von... Wir haben... Also bei uns reißt Gott noch niemand Fische. Wir haben es noch nie gesehen. Aber als Beispiel... Aber es gibt garantiert, wen der das macht bei euch auch. Ja, klar. Aber ich kann nur sagen, wie zum Beispiel bei Schwarzangern gehandhabt wird. Auch von unserem Verein. Die Angel werden einkassiert. Die gehen in den Besitz vom Angelverein übrig. Und dann kommt die Polizei und nimmt die mit. Also in Bayern bist du auf jeden Fall entscheidend. Bei diesem Fischereireisen, wenn es jemand mitkriegt. Das ist dein Schein. Und auch zwar auf Lebenszeit. Kriegst du auch nicht mehr wieder. Kannst du wissen, ist das Wort ausgeschlossen. Blacklist und so. Wenn du bei uns den Angelschein verlierst, meines Wissens nach, Corrie, gib mich gerne in den Kommentaren. Mir wurde es beim Angelkurs so beigebracht. Wenn du einmal den Angelschein verlierst, ist er weg. Du kannst ihn nicht wieder machen. Du kannst keine MPU machen oder irgendwas, eine Angel-MPU. Das Ding ist auf Lebenszeit weg und du bist gesperrt und bist bekannt. Das heißt, wenn du dich in irgendeinen Fischereikurs wieder anmeldest, geht ein rotes Licht auf. Nee, die sind sogar gemeiner. Stimmt, es ist anders. Anders ist es. Du kannst den Fischereikurs machen und sobald dich bei der Prüfung anmelden willst, das ist alles online, wird das, wird gesagt, nee, dürfen sie nicht. Ach, du bist so gesagt, du bist auf so einer Liste dann drauf oder was? Krass, Alter. Also, wie gesagt, bei uns wirst du ja nicht nur angeklagt wegen Fischereirecht, du wirst angeklagt wegen Fischereirecht. Ja. Beim Schwarzfische wegen Diebstahl. Wir machen uns wirklich egal für den 3-Euro-Fisch, das ist uns scheißegal, machen wir Diebstahl-Anzeige auf. Und du wirst, ich glaube sogar, je nachdem, Naturschutz und Tierschutz, also du kriegst wirklich drei, vier Anklagen im Sammelsurium, die sie aufeinander aufstapeln. Das ist ja auch Wilderei, darf man nicht vergessen dann auch. Genau, Fischwilderei, genau. Und wie gesagt, sowas wie Reißen ist einfach Natur, also es ist einfach Tierschutz. Also, da geht es auch nicht um Catch and Release ein, da geht es um gar nichts von den Themen. Da geht es einfach nur darum, den Tieren möglichst viel Schmerzen zuzufügen oder es einfach in massive Panik zu setzen, wenn man jetzt sagt, man glaubt nicht, dass das Fische Schmerzen empfindet. Das ist ja auch so eine große Debatte. Aber es ist auf jeden Fall Stress für den Fisch und es macht die Lebensdauer des Fisches nicht besser. Ja, auch so. Auf da kann sich, glaube ich, jeder einigen, egal ob Catch and Release, Koch-Torffan oder irgendwas. Der Fisch stirbt schneller, wenn du ihn reißt. Ich hoffe, darauf können sich alle in den Kommentaren einigen. Es ist einfach nur massiv dumm und hat nichts mit Angelei zu tun. Warum tun die Affen dann nicht einfach gleich mit dem Fischernetz angeln? Also, bevor er Fische reißt, werfe ich ein Netz rein. Also, ich frage mich auch nicht, was in den Leuten los ist. Aber Netze sind verboten, ne? Ja, Fisch reißen hoffentlich auch in Brandburg. ich hoffe da wirklich und das mache ich inständig, dass sich der Brandburg darum kümmert und die Leute rausfindet, die das sind. Und die wirklich aus dem Verkehr ziehen. Die dürfen nie mehr in ihr Leben der Angel in der Hand haben. Das haben die einfach verwirkt, das Recht. Das ist unglaublich. Manchmal glaube ich ja nicht mal, dass sie in Angelschein haben gefühlt. Aber das ist alles jetzt Stigmatisierung und Vermutung. Das kann ich, das sind nur Behauptungen. Das sind nur ein Gefühl. Also, ich kann nur sagen, im Angeln, also zum Beispiel, Fisch reißen ist bei uns komplett verboten. Ich glaube sogar, ich nehme mich jetzt weiter aus dem Fenster, ich hätte es nicht unsere ganzen Gesetzestexte, aber ich glaube, in der Prüfung gelernt zu haben, dass Fisch reißen in Bayern verboten ist. ich will noch was sagen, noch ergänzen. Brandburg, ich habe, Brandburg hat schon was getan. Es gibt eine neue Regelung, die es glaube ich bis Ende Februar untersagt, dort zu angeln und danach darf man nur dort angeln mit einer gewissen Hakengröße von 8, glaube ich, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich habe jetzt gesagt, es ist nichts passiert, aber es ist ein bisschen was passiert. Aber es reicht noch nicht anscheinend. Es reicht einfach noch nicht. Denn das Winterlager ist ja immer noch länger da, wie wir jetzt sehen. Und jetzt haben wir sogar im zweiten, vierten gefühlt immer noch Winter. Und deswegen muss da mehr passieren. Vielleicht sogar schon ein Ort bis zum ersten Sechsten oder so. Wer weiß. Bis die Leichtzeit für alle Raubfische sozusagen um ist. In NRW zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall auf einigen können, mit solchen Leuten verlieren wir bald das Angelrecht. Deutschland. Also wenn sowas mal publik wird, wenn die richtigen Leute sehen, wenn das mal knallt, dann ist das Fischereischrecht schneller einkrassiert in Deutschland, wie wir gucken können. Das sind die Leute und wir haben letzte Woche Catch and Clean gesagt und alles mögliche. das hilft alles nichts, egal wie viel Gutes wir tun. Wenn es solche Leute gibt und das mal in den falschen Kanälen reinkommt, dann wird das knallen. Weil das ist genau das, wie uns die Leute auch sehen. Also wenn du jemanden fragst, der Angler nicht kennt, die stellen sich genauso das vor. Genau dieses Angeln und das ist halt einfach. Das ist genau diese gleiche Stimmungsmacher Szene, die ja auch SDGF benutzt hat in Iga Doku, wo sie die Kontrollen gezeigt haben. Welche Angler haben sie denn kontrolliert? Jetzt mal ganz ehrlich, welche Angler haben sie denn kontrolliert? Genau diesen Angler, der seine Fische da natürlich nicht, der einen Scheiß drauf gibt, wie seine Fische da abgestochen sind und all so Krams. Und so genau, wie der da kontrolliert wurde, genauso stelle ich mir auch die Leute vor, die da die Fische reißen. Wenn ihr sowas seht, kontaktiert mit einfach eurem Gewässerwart und wenn ihr die nur im Platzverbot erteilt, aber meldet sowas. Und Polizei, ne? Das macht man meist in der Gewässerwart. Aber wenn man sich nicht richtig auskennt, der würde immer mein Gewässerwart anrufen und sagen, ich sehe hier irgendwie Leute, die die Fische reißen. Dann, gut, ich kenne meinen Fischereiwart, der wir glaube ich in 10 Minuten am See und wir wahrscheinlich schon vom Parkplatz aus brüllen, ja. Also, wir werden nicht mal am Wasser. Ne, weil uns kotzt das an, wir haben jetzt letztens erst wieder Forellen ausgesetzt, wir züchten die auch hoch in extra Zuchtbereiche innerhalb von Flüssen und sowas, Zucht, wirklich Forellen und alles. Wir müssen da massiv mühlen, dass wir da eben auch den Bestand sauber halten, dass wir auch dann und solche Leute geben einfach nur, da werde ich wütend, weil ich mir einfach denke, so Leute, was ist mit euch eigentlich los? Warum müsst ihr, kriegt ihr das nicht hin, so zu angeln? Als ob die da, als ob die da nicht normalen Fisch fangen können. Also, als ob die solche Methoden überhaupt brauchen. Es ist... Und wenn ich das will, gefühlt nehmen die auch nicht jeden Fisch mit, weißt du, und reißen da rum. Wenn die jetzt jeden Fisch auch noch mitnehmen, wäre ja... Ne, das wäre auch nicht schön, aber das wäre nochmal vielleicht so der Grund der Nahrungsbeschaffung, vielleicht für die, weil es aus deren Kultur kommt, so weißt du. Aber da die auch nicht jeden Fisch mitnehmen, ist es auch wieder so eine... Ganz, ganz schwierig. Ich hoffe einfach, dass wir... Werfen nächstes Jahr wieder einen Blick drauf und dann gucken wir mal, ob sich irgendwas getan hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Brandenburg da nochmal die Regeln verschärft und da nochmal härter drauf eingeht. Aber was ganz wichtig ist, dass es das Video gibt und das darauf hingewiesen wird und das ist immer ganz wichtig und deswegen, wenn ihr keinen YouTube-Channel und sowas habt, dann geht es euren Gewässerwart, meldet euch am Verein, meldet euch vom Verband, weil die haben auch nicht einfach, der Fischereiverband Bayer muss auch die ganze Zeit gucken, dass das mit der Politik läuft und dass das funktioniert, dass die Verbände haben es nicht leicht und weil halt so wenig Spotlight auf Fischen ist und deswegen, sowas ist dann mal, wenn sowas mal richtig rauskommt, wenn sowas mal irgendwie, keine Ahnung, in der ARD um 20 Uhr mit der Tagesschau läuft, dann haben wir ein Problem. Oh ja. Weil das ist halt das Thema. Jetzt auf so einem YouTube-Kanal fällt niemanden auf, wir in der Bubble sehen das, aber lass sowas mal um 20 Uhr der Tagesschau sein. Ja. Und dann ist es vorbei mit Angeln. Das sage ich euch wie es ist, dann ist es vorbei mit Angeln. Das stimmt, das ist richtig. Deutschland ist da so. Also Deutschland ist so eingestellt. Das ist die Qualitätsmedium. Da hast du vollkommen recht, da bin ich, das ist die Gefahr, die da kommt. Leider, dann wird nämlich direkt stigmatisiert und alle Angler sind so. Und da braucht ihr nicht erwarten, dass ein gut recherchierter Beitrag vorauskommt. Oh ja. Eis und ich sind ja auch in der Gaming-Bubble, wir erinnern uns immer noch schön an Killerspiele. Schön Counter-Strike, Alter. Alle Counter-Strike-Spieler sind Tötungsmaschinen. Genau. Das ist eigentlich ein Bootcamp für Soldaten, ja. Und dann tust du mal so einen Nerd eine Waffe in die Hand, drücken in der Bundeswehr, dann schießt du dich erst mal einen Fuß, ja. Hat viel gebracht. Und das hat genauso gemacht, weil die sind ja nicht dafür da, objektiven Journalismus zu betreiben, sondern die betreiben den Journalismus, der halt da ist. Und die haben keine tausend Jahre Zeit zu recherchieren. Die machen es, schauen sie es an und nehmen das wahr. So ist es bei jedem Thema. Und deswegen, wir können nur hoffen, dass sowas nicht vorkommt. Und nochmal der Appell an euch alle, bitte, wenn ihr sowas seht. Ich würde sie vielleicht nicht ansprechen darauf, weil vielleicht fangt ihr euch eine, sondern ich würde da wirklich den Gewässer wahren und der mit der Polizei anrückt, das ist ein ganz anderes Ding. Aber tritt euch noch nicht in Gefahr, spielt da nicht die Superhelden und geht da hin und schlägt den Angel weg, weil der wirft euch gleich hinterher ins Wasser. Also von dem her, auch da immer vorsichtig sein bei solchen Leuten, weil es ist ja nicht so, also ich kann es mir nicht erzählen, dass die nicht wissen, was sie tun. Ja, die wüssten das ganz genau, was die machen. Also jemand, der Fischerei ist, weiß schon, was das ist. Das Ding ist auch, das Gefährdige ist ja, diese Angelmethode ist verboten. Die sind da ja auch nicht alleine, die sind dann ja auch dann, auch wenn die da jeden Tag Einzelnen kommen, verteilen die sich auch gemeinsam in einer Gruppe, kann ich mir gut vorstellen, deswegen. Auch da immer wirklich, bringt euch da auch nicht in Gefahr, wenn ihr sowas seht, weil die meisten, die sich nicht an die Regeln halten. Wenn ihr mich am See seht, seht ihr, dass ich Anfänger bin, weil ich irgendwie drei Minuten brauche, um Knoten zu machen. Auf solche Leute könnt ihr einfach zugehen und sagen, übrigens, pass auf, hier nicht so, aber wenn die sich, wenn die professionell auswerfen können, dann würde ich denen nicht zu nahe kommen, sondern würde da einfach auf Gewässerwarten die Polizei zurückgreifen, dass das eben euch nicht irgendwie blöd kommt. Ja, sehr schön gesagt. Ja, kommen wir zu einem unschönen Thema, zu einem Thema, was ab nächster Woche startet. Na? YPC Bode. Zu einem unschönen Thema? Von einem unschönen Thema zu einem Thema, was nächste Woche startet. dann kommen wir zu einem unschönen Thema. Krass. Habe ich so genutzt, es tut mir sehr leid. Ist gut. Ja, genau. Wir haben YPC Bode als Start, überraschenden Start für nächste Woche. Nicht YPC Fans, sondern YPC Bode. Und startet ab 9.4., also vom Tag der Aufnahme in einer Woche. Wir nehmen sonntags auf, Leute. Bist du dann schon wieder da? Ja, ich bin da. Okay. Bin nur morgen in Köln. Ah ja, okay. Okay. Was würdest du sagen? Eine Frage, haben die nicht irgendwie in den Werbepost gesagt, die bringen zwei Folgen die Woche? Bringen die zwei Folgen die Woche? Ich habe noch keinen Senderplan. Achso, weil ich habe es irgendwie gelesen, aber Leute, da könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren hinweisen, aber dann fängt es am 9. an, wahrscheinlich am 13.16. gibt es dann eine Folge, weil ich habe so verstanden, dass es jetzt sozusagen zwei pro Woche bringt. Das wäre krass. Aber werden wir sehen. Also ich habe noch keinen Senderplan irgendwo gesehen. Das wäre krass. Du wolltest ein Tippspiel machen, also, wolltest du sagen, wer gewinnt oder was? Ja, ich habe ganz klar zwei Favoriten, Digga. Ich habe auch. Meine Favoriten sind Abu Garcia und Nays. Sehr gut, das ist gut. Meistere Favoriten sind Zek und LMAB. Ernsthaft jetzt? Das sind wir komplett unterschiedlich. Ja? Aber du weißt noch, meine Favoriten vom letzten Mal, der erste Favorit ist erst mal eiskalt rausgeflogen, der zweite, ein bisschen später. Dustin, ich bin nicht schuld, das ist eisig, wenn du rausfliegst, eisig. Ich habe gesagt, hecht und Barsch. Dirk Ostrowski habe ich sogar noch früher rausgeworfen, Alter. Ja, also auf jeden Fall, Nays, Dustin und Vecchi wieder und Abu Garcia ist einfach das Dreamteam. Das hatten wir ja letztes Mal schon, Alter, mit Freddy Harbour und Simon Thorenbeck. Einfach krasses Team, krasses Team, auf jeden Fall, ja. Das sind ja meine zwei Herzteams. Ich würde gerne, dass die weiterkommen und ich wünsche auch Enrico einfach jetzt mal wieder einen Sieg. Das muss er sich jetzt holen. Bank hat er schon gewonnen. Jetzt muss auch Boot dran bauen. Bist du schon gehypt auf den Podcast von Enrico? Ja, bin gespannt. Bin gespannt, wann du reingehst. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Wir brauchen Post-Promo. Brauchen wir. Post-Promo. Ja, aber alles zu YPC Boot nächste Woche dann. Nächste Woche. Alles cool. Hast du noch was auf den Herzen? Ich schaue gerade noch mal in das offizielle Posting von Hecht und Barsch und suche gerade nach ZEC. Hybrid Stoff, Catch with Care, Neug. Wieso sind die da auch nicht drin? Hier, filtern. Kann man nicht nach Herstellern machen? Hersteller. Nee, geh mal auf Instagram, hechtundbarsch.de und es gibt folgende Teams. Nays, LMAB, Hearty Rise, Rapala, Bootcenter 1, Hummingbird, Quantum, Westingfishing, Ilex, Bullseye Fishing, Neug Germany, Savage Gear, Abogazia, Catch with Care, Stoff Fishing Lines, Hybridalus. Da steht schon wieder nicht ZEC drin. Ist ZEC vielleicht gar nicht mit drin, aber Carsten hat es doch gesagt, oder? Also bei Barsch ist es ja wieder, aber ich habe auch gedacht, bei den Boaturnieren sind sie auch dabei. Sind wir einfach wieder so? Ich hoffe mal bei den Kommentaren, ob da irgendjemand was sagt. Wir sind wieder auch komplett falsch gewickelt. Sind wir wieder so daneben, oder was? Wo siehst du denn das eigentlich? Tippspiel, YPC Bot. YPC Bot habe ich nicht. Vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Auf Instagram. Ja, da bin ich gerade. Hecht und Barsch Channel. Hecht und Barsch. Der Post nach der Lure Drop. Die Dödelbrille sehe ich. Zeig. Ach, Tippspiel da. Ja. Ich hätte gerne die Dödelbrille gekauft. Was sagt ein ZEC? Eigentlich. Guck mal. Hä, es gab da auch ein Training, oder nicht? Oder sind die erst nächstes Jahr dabei? Ja, nee, Fan. Training war Fans. Ja, ja, aber sind die erst nächstes Jahr dabei? Gute auch so ein bisschen. Sie sind ja auch einfach komplett schief gewickelt. Wir werden es spätestens Sonntag sehen. Ich bin gerade massiv verwirrt. Ja. Ich bin gerade massiv verwirrt, weil ich dachte, hey, ZECOS bei jedem Turnier gerade dabei irgendwie. Ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ne? Also, wir dachten eigentlich. Die werden wieder nur Kopf schütteln, sagen ja die YPC-Experten. Müsst du nicht mal welche Teams da mitmachen. Was für Dödel, ey. Was für Idioten. Ja, Mann. Ja, sehen wir dann ja. Sehen wir dann ja. So. Ich gehe jetzt den Fisch ausnehmen und die Küche weiter aufräumen und Ich gehe Koffer packen. Geil. Ich wünsche dir viel Spaß morgen in Köln. Bring dir nicht wieder Corona mit. Kati hat mich schon verarscht. Sie hätte gerne einfach einen, ich kann natürlich auch einfach einen Magnet oder sowas aus dem Flughafen mitnehmen. Es muss nicht wieder eine schwere Krankheit sein, wo wir zwei Wochen flach liegen. So spricht meine Frau mit mir. Weil ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Montag im Talk. In dem Sinne, Digga, kurz geht raus. Falls ihr noch irgendwas habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten alles andere auch unten in die Kommentare. Ansonsten halt das letzte Wort. Mein Freund Hörkelten. Geht auf Forellen, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.